Vor zwei Tagen haben wir es ausgepackt und jetzt ist es wieder hier, die Sternflocken-Raketen von Funke. Also Funke finde ich persönlich richtig, richtig geil, weil die so schöne Feuerwerke machen. Die haben lange Standzeiten, bunte Farben, hier seht ihr auch ein bunter Strauß mit verschiedenen Raketen und da freue ich mich jetzt auch schon gleich besonders drauf. 1. 2. 3. 10. 11. 10. 11. 11. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020